Wichtig ist einfach zu verstehen, das bist nicht du, was du gerade denkst. Das sind ihre Gedanken, die du mit nach Hause schleppst. Und die schleppst du jetzt, ihr habt euch zwar schon vor drei Tagen verabschiedet und schau gesagt, aber du schleppst sie eigentlich noch auf deinem Rücken. Du schleppst noch ihre Meinung mit. Deswegen ganz wichtig, sich zu überlegen, welche Menschen möchte ich noch in meinem Umfeld haben, auch wenn wir schon jahrelang gefreundet sind. Alles schön und gut, aber wenn ich in dem Moment drei Tage etwas aufarbeiten, muss, was mir dieser Mensch gesagt hat, wenn ich ein negatives Gefühl habe, und zwar nicht nur nach einem Treffen, um Gottes Willen, jeder hat mal einen schlechten Tag. Darum geht es nicht. Aber wenn das öfter vorkommt, über Wochen, über Monate, vielleicht sogar über Jahre, dann muss man sich doch mal die Frage stellen oder darf man sich die Frage stellen, was habe ich eigentlich von dieser Freundschaft? Was bringt es eigentlich? Ich fühle mich danach schlecht, ich falle in ein Loch, ich überesse mich, ich darf drei Tage danach mit diesem Gedankenwust zurechtkommen, den sie mir eingepflanzt hat, weil sie nicht empathisch ist. Ist sie nicht in dem Moment, wenn sie solche Äußerungen trifft? So, was hast du jetzt davon? Nichts. Nichts. Deswegen umgebe dich mit Menschen, die so sind, wie du sein möchtest oder wie du bist.